Moin Leute, ich bin's wieder, Jan von Kunalko. Ich bin hier gerade in unserem Lager am Einlagenfalten für den Versand. Und dabei habe ich folgende Zahl gefunden, die drei, denn wir öffnen heute das dritte Türchen. Deswegen könnt ihr folgendes gewinnen, diesen Jim Beam Double Oak mit einem wunderschönen Glas dazu. Das könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir folgende Frage beantwortet, wie schnell schaffe ich es denn, so eine Einlage zu knicken. Also wie viele Sekunden bräuchte ich dafür, um das so herzustellen? Einfach mal in die Kommentare schreiben und natürlich unser Video liken und auch gerne teilen, wenn ihr mögt. Dieser Jim Beam ist natürlich generell wieder in unserem super Sonderangebot, nur für kurze Zeit. Deswegen, wenn ihr nicht gewinnt, gerne auch bestellen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!